Mir gefällt es, dass ich, obwohl ich erst vor kurzem angefangen habe, schon sehr viel alleine machen darf und recht viel Verantwortung übernehmen kann. Ich habe mich für das KV entschieden, weil es eine gute Grundlage ist und ich nach der Lehre viele Möglichkeiten habe, mich weiterzubilden. Hallo zusammen, ich bin Fabiona und ich habe gerade meine Lehre zur Kauffrau bei der GEMÜ abgeschlossen. Und ich bin Nico, ich bin im ersten Lehrjahr und habe gerade die Lehre als Kaufmann angefangen. Heute zeigen wir euch ein bisschen, wie ein Alltag in der GEMÜ für uns so aussieht. Wir haben Lernende aus sechs verschiedenen Berufen und haben alle super Verhältnisse untereinander. Ich habe mich für die GEMÜ entschieden, weil die Lehre dann sehr abwechslungsreich ist und ich alle sechs Monate in eine neue Abteilung gehen kann. Du kannst sogar in sechs verschiedene Abteilungen reinschauen. Unter das kannst du viele Erfahrungen sammeln für deine Zukunft. Falls es dich beeindruckt hat, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. vor allem die Strandmetzer und die duh anionser in der Hand이었ung ist. Aber das kann imaginar... Laust hier anionser in der Ihr sesubert.